ja hallo ah du bist rainbow wahrscheinlich ja das bin ich und ich bin der adrian hallo und herzlich willkommen dich kennenzulernen ja ja ich hab dich noch nie gesehen noch nie gehört noch nie was auch immer schön dich kennenzulernen ist mir eine ehre sind wir nicht alle komisch nee nee nicht alle bin ich nicht folgen sind nicht komisch nee wir sind alle nicht komisch außer adrian ja finde ich richtig so so wo wollen wir denn hin lass mal creepy ganz chillig gut nee noch nicht siehst du das wollte ich dir noch fragen wie der war und was soll da stehen und ich hab vergessen diesen afro bezeichnen aber das son habe ich schon was denn für ein command was denn command wenn ich mir fragen darf ja er hat punkte eingelöst und ich hab das immer vergessen dich nachzufragen wie kann ich denn ähm wie kann ich das denn einlösen hallöchen wie geht es wie steht es unter dem chatfenster ist da so ein ich glaube da ist ja so ein cupcake da ja mit der anderen so eine anzahl da kannst du draufkriegen und dann kannst du dir was einlösen und was kann man da alles bekommen so also weil er bekommt ja ein command wie bekommt man den äh du musst ja da einlösen mit kanalpunkten und dann kannst du auch angehen wie er heißen soll und sowas genau ja was ist denn überhaupt ein command eigentlich das was man in chit schreibt also wenn du ausrufezeichen und dann irgendein wortender eingelbst und dann kommt dann äh sagt der bot irgendwas zurück ah hier command hinzufügen schießt nicht auf mich okay das dauert noch bis ich da überhaupt einen bekomme ich hab 380 punkte warum machst du töte kaputt hier wie kann man mit der axt auf ihn zu geht voll idiot da wie kann man am schnellsten kanalpunkte bekommen wenn man in stream immer ist zum beispiel ach nein da ist noch einer tschüss also eigentlich kommen an kanalpunkte nur wenn du zuschaust es sei denn man ist an einer prediction teil also an einer an einer wette und du kannst dann kannst du auch auch ein paar ähm da ist das ein paar kanalpunkte dazu verdienen ah hier ist der gestorben kannst du mal so eine machen ich würde gerne ein paar ich brauche ein paar kanalpunkte der geier ja normalerweise machst du es immer zur richtigen gut das mach ich sombra normalerweise machst du es nur zur besonderen anlassen jetzt mach ich aber bis in den maxi da ist er auf 90 versuchen wir wie man den jetzt hat bin ich zu leise und zu laut was ist los mit da was ist los ich verstehe dich richtig gut im stream bitte bitte und mein stream ist richtig leise ich danke dir wann bist du wieder am arbeiten es kitzelt so sehr eine fliege ja eine fliege wenn die auch diese kleine fliegen ja diese ganz 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 kleine ich spüre dich immer auf meinem körper ich verstehe nicht wie das andere leute nicht was war das denn ach so das warst du vor allem wenn man schläft dann fliegen die so nah ans ober bei jetzt wollen die nein was willst du hin meine munition ach du hast editiert ach oh meine schatzkarte ops pflegen ja ey sag mal was macht ihr denn da peelen ist das ein ist das ein bildbettel alter ne er wollte die munition haben aber ich hab sie bekommen ja weil ich ihn die ganze zeit mit der harpoon nach hinten teleportiert hab genau 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 so war das right wer kommt mit zur schatzkarte tschüss bin schon weg hey du bist zu hause ach der ist ja mal schön schönes zu hause obwohl du schon abgrauen bist ne und was machst du schönes zu hause ich bin der kleine wanderbeer der wanderbeer oh 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 komm wir sehen jetzt das wanderbeer kennt ihr das überhaupt ne 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 kenne ich nicht aber das hört sich schon jetzt schon einfach nie an ich bin ja chat kennt ihr das lid ich bin der kleine wanderbeer 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 ich bin ist mein lid kennt keiner kennt keiner haha ohja 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 ich hab's grad vor 3 sekunden erstellt ach du bist worden geschrieben wegen coroner oh nee gute besserung ja erstmal wo ist die hässliche kiste auch von mir oh du spürst gleich was moja dann für spaß Ich weiß nicht, was soll ich nehmen. Soll ich mal das nehmen oder das lassen? Oh Gott, was ist da? Haben wir eine Creme im Chat? Ja, aber die möchte ich nicht. Tüte die, die gibt Waffen. Tüte das. Nein. Oh, nee. Ich habe es verstanden, wie du es meintest. Aber hast du dann auch diese, wie sagt man das? So ein kleiner Pimmelberger. Wenn man Corona hat, da sind immer diese Zustände, wie sagt man das? Ähm, genesen. Nee. Was meinst du denn dann? Geimpft, getestet. Nein. 3G-Regel, 4G, 5G-Gel. Äh, 5G-Gel. 5 Egel, Alter. Nein, das auch nicht. Das ist der größte Strafbüller, den ich jemals hatte. Ich meine... 5G, oh nein. 5G-Gel, infiziert. Schau, wenn man krank ist, haben wir diese, hm, ja, irgendwie was. Infizierung. Was? Infizierung? Was willst du nur infizieren? Ich weiß es nicht. Corona. Ich will Corona anstecken. Huch, Corona. Symptome, Symptome. Danke, Ban. Danke, danke, danke. Ich habe mich sogar nicht angesteckt. Es tut mir sehr, sehr leid. Danke, jetzt weiß ich. Genau Symptome meine ich. Hast du die? Oder geht es dir gut? Wie läuft es bei dir? Hier, hier, hier. Was gibt es da? Warte mal. 400 Meter hoch. Wie weit ist das denn weg? Ja, dann komm, Taxi. Wait a minute. Zahl Ewigkeiten. Ihr zahlt jetzt mehr, okay? Ach nee, die möchten wir nicht haben. Was für Ewigkeiten? Ist eigentlich ein Uber und ein Taxi das gleiche? Ist das ein Uber? Kannst du kein Uber? Das ist so wie ein Taxi. Warte mal. Wie gesagt, nur Herz- und Kopfschmerzen. Okay, das geht noch. War keine U-Bahn. Nee, nicht U-Bahn, sondern Uber. Was du gerade gesagt hast. War das nicht? Ja, Uber ist das, wenn du dir... Das ist wie so ein Taxi. Genau. Das weißt du nicht. Ich habe ihn noch nie benutzt. Wo war das jetzt? Meine Frage war ja nur, ob das das gleiche wie ein Taxi ist. Oder ob es was anderes ist. Aber eigentlich ist das das gleiche wie ein Taxi. Ja, da rufst du einfach fremde Leute an oder sowas. Fremde Leute? Nein, ich habe das Päschel verschwindet. Leck mich doch am Zucker in meine Fresse. Ich glaube, da ist ein Gegner. Ich gehe ihm töten vielleicht, wenn ich das schaffe. Wo ist ein Gegner? Da. Ja, das ist ein Gegner. Soll ich lieber mit dir kommen? Lass mal. Schau mal, ob ich den kriege. Wow, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Okay, der ist da. Aber habe ich denn bitte schon 50 Leben verloren? Kein Loot. Nein, ich habe das gekirrt. Weißt du was? Jetzt Chicken Krieg. Da. Viel Spaß mit Chicken. Hoffentlich kennen dich auch. Oder doch nicht. Ich glaube ja, dass sie dich angreifen werden. Geh, ja. Der ist los. Sag mal, Adi, haben wir früher abgehauen? Was wurde das? Er ist abgehauen. Ich wollte ihn nur hinterher, dass er nicht stirbt. Da ist kein Mensch. Doch. Geh wirklich nicht so, Rick Morty. Komm her. Komm doch zu Mama. Meiner, meiner, meiner. Er ist so low. Alter, Adi, ein Rick Morty. Der heißt Rick Morty ist der andere. Wie heißt der? Rick Sanchez. Hä? Bin ich los wieder? Morty ist der andere. Ach, Chat. Ist doch Rick Morty. Nein. Okay, ja. Ich nehme mehr Kiste. Hey! Ich habe ihn mit dem Sturmgewehr gestiegen. Mann! Das Leck mehr am Zuckerlicht benutze ich auch. Die Zonne kommt. LOL! Menschenskinder, um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen, ey. Aber der muss zu sein. Der heißt Rick Morty. Ist sein Schwieger. Ist er echt? Sein Schwiegersinn? Japan. Viel Spaß. Bei Phasmu. Lass ihn nicht von Geister umbringen. Von was umbringen? Von Geister. Bei Phasmu Phobia spielen wir, äh, mit Geister. Ach so. Ja. Geisterjäger spielen, ey. Das ist so ein Geisterjäger spielen. Das ist ja wirklich nicht Rick Morty. Und wer ist denn bitte Rick Morty? Rick Morty ist der Titel. Wie heißt der, der Charakter? Also Rick Morty ist der Titel. Gut. Rick Sanchez heißt der. Ah, okay. Der da war. Der heißt Rick Sanchez. Und Morty. Ich glaube, der heißt auch Morty Sanchez. Keine Ahnung. Ist sein, keine Ahnung, Sohn, Kumpel, was weiß ich. Sohn. Ja, gut. Also Schwiegersohn. Ich weiß der Enkel. Und ich bin... Ich glaube, der weiß der Enkel. Ja, Enkel halt. Ja, und ich bin sein Vater. Okay, verstehen wir alles. Ach, Junge. Und wir haben kleine Rick Mortys Kinder. Oder sowas. Alter, nee. Adrian. Nee. Bitte. Nein. Äh, Kopfkino ballert. Ab, Gott. Adrian, sag das nie wieder. Bitte sag das nie wieder. Oh, meine Lilampi. Meine, meine. Ihr nehmt, ihr habt... Ich brauch sie. Genau die fehlt mir. Ihr habt dein... ...Tocino umgebracht. Das war auch eine Krähe. Was sagt er? Ich hab eine Vorwärtshaltung gemacht. Rainbow, weh. Corvus unterstrich. Irre, sag Morty. Ich bin dein Vater. Ich hab ne goldene Sturmgewehr. Was will ich denn damit? Nein, nun. Okay. Ob sie keinem Chat kommt, ist nicht. Ich hätte doch nicht den Sniper da lassen können. So ist es ja nicht. Ruby, Mrs. Ruby. Morty, ich bin dein Vater. Na, beschützt mich. Ja, so. Ich glaube, ich bin Ruhe. Ich bin Spider-Man. Ah! Ich hab's auch noch. Jetzt haben wir einen Pauci alle über mich. Ja, weil ich möchte nach oben gehen. Danke für den Money. Bitteschön, ich bin voll. Schön für dich. Rainbow, wie viele Kronensiege hast du? Warte, Gegner da. Zeig mal. Komm mal raus. Ach, Mann. Was meinst du, Versieger? Ja, hier, das hier. Grown Segel. Grönlich Schreifer. Okay, erst am Fighten. Was machen wir hier? Bitteschön. I don't know. Ich achte darauf nicht. Jemand wird hochgeholt. Da wurde jemand gebootet. Ja. Ey, komm, das sind Free-Kills, Leute. Die möchten online machen, hier. Was soll das? Chicken, greif dir an. Wo war das jetzt? Was ist mein Chicken jetzt? Komm her. Lass dich erholen. Komm, hey, hier unten sind die Gegner. Ja, Auto kommt auch noch. Komm, ich komme. Hallo, IC. Was geht? Ach, du hast mich gebaut hier. Nee. Wirklich nicht Treppen umbauen. Deiner, unten. LKW von hinten. Ja, das ist der, der nur eine Pistole hat. Verstehst du da nur? Uah. Und die waren noch hinter mir. Oh Gott. Ey, Spider-Man, er spinnt. Ja, maybe. Ich spinne nicht so viel, du. Wer weiß. Ah, nee, komm, jetzt kommt ihr zu zweit auf mich los, oder was? Ja, was geht, IC? Hallo, Miku. Huh, 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 huh. Komm mit? Ja. Ich muss vorhin healen, er ist lower. Ich springe so herum und versuche ich da... Komm her. Kehlen. Miku, was geht? Sorry, ich halte dich sofort, er ist lower. Hat das Hund gerade Fuck You gesagt? Nein. Oh, ich dachte, ich habe mich, äh... Ich dachte, er hat wirklich Fuck You gesagt. Geht so nochmal zwei, ja, Tix. Danke. Die Getränke bringen Maxi im, äh, im Zone nichts. Ey, das ist Mistfie... Hat sich angegriffen? Bringt euch hier eine Sicherheit. Ja, ihr habt Spider-Man. Ach komm, ey. Da ist auch noch. Da habe ich keine Finder. Da lagen welche. Ja. Ja, wow. Jetzt kann ich auch nicht zurückrennen, also... Hallo? Vor allem spritzt es nicht. Ich brauche Minis, Minis, Minis. Weil du nicht gegen gehalten hast, Kappa. Ne, ne. Hey, da liegt eine Krone. Feuer machen draußen? Wie schön. Wieso greift mir dieses scheiß Hühnchen an? Ja. Weil die sind Dämonen gewonnen. Ich habe kein Leben mehr. Ich komme. Nein! Nein, meine Krone fliegt von mir weg! Wie? Ah. Okay. So, hier wäre ein Fass, ne? Niemand schießt. Hab meine Krone. Und wo? Warte, ich schmeiße dir da ein Fass. Oh. Dankeschön. Bitte, bitte. Sehr gerne. Ja, ich versuche das immer wieder, aber... Ich glaube irgendwie nicht immer. Gegner? Hier ist ein Gegner. Ja, sehe ich. Der ist irgendwo bei dir. Drin. Er sieht mich nicht, Alter. Er sieht mich einfach nicht. Du Bosser, du halst dich nicht mit meinem Zeug. Und ich sehe ihn nicht. Ich schwöre, ich stande hinter ihm, ne? Ich stande hinter ihm und er killt dich, ne? Ich stand hinter ihm. Ich bin so verdammt, Mann. Mach jetzt. Oh mein Gott, ich hab ein Krone, wenn ich hab ein Krone, wenn... Ich hab ein Krone, wenn... Mal schauen, ob das so klappt. Ja, natürlich, das ist noch ein Gegner. Wie ein Gegner? Das ist ja traurig. Ich hab hier mal was zum Healen. Ja. Ich hab maximal Fischis. Ja. Jetzt bezaufe ich den Mad-Kid. Der ist versorgen. Ja, die Krone. Ach. Hellig. Ach, ich möchte immer die Hühner jetzt umbringen. Elia schafft das alleine, oder? Ich weiß nicht mehr, wo der Gegner ist. Ich... Ich mach hier nur die Bombe ein bisschen rum, um zu gucken. Ich so. Ob sie vielleicht gleich aus dem Bus springt. Ach, da schießt jemand. Oder du. Ich, 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 ich. Okay. Jemand schießt jetzt auf mich. Ja, seh ich. Meiner. Hab ihm. Hoah. Oh, nee. Das war so. Hey. Das war meiner. Nein, meiner. Das war doch deiner. Ja. Mensch, ich hab trotzdem 8 Kills und 83 Wins. Ich hab niemanden gesehen. Das kommt auf TikTok. Hier. Und now. Ach, Leute. Herrlich. Er ist mir jetzt schon sympathisch. Er ist mir jetzt schon sympathisch. Wie, der Tote? Der Kroos unterstrich Error. Der Sombra. Ach so, ich bin zu Lobby. Sorry, ich bin zu Lobby aus Versehen. Ja, geh mal. Das mach ich immer, wenn ich schon Winn hab. Soll ich dir mal den Hintergrund seines Namens mal erklären? Der wollte mich eigentlich, äh, trollen. In meinem eigenen Stream. Und dann hat er vergessen. Dass der, dass man den Namen nur, nur einmal im, äh, nur einmal in alle zwei, alle zwei Monate ändern kann. Lass es roger. Und dann, er hieß eigentlich Kindergänger Shadow King. Und, äh, und er hat sich dann den Namen umgeändert. Und, äh, und er hat den Ligo zurückgehendet bekommen. Oh. Sombra schreibt, lass es roger. Du, 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 du bist mir trotzdem sympathisch. Alleins nur wegen eben, no one. Really no one. Pätze, pätze. Meine Krone fliegt vor mir weg. Aber es ist doch so, er ist einfach weggeflogen. Er hat seinen Schampert platziert und er ist einfach abgehauen. Der Maxi zurück zur Lobby. Nö, meine Krone. Tschüss. Oh, nö, er ist keine Pätze. Komm, wir haben doch jetzt alle einmal gelacht und dann ist doch alles krass. Oh, nö, 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 nö. Oh, der ist doch schon drei Jahre hier drin. Wir warten doch nur noch auf dich, Mensch. Ja, warum macht ihr da nicht bereit? Warum machst du nicht bereit? Das, das frag ich dich. Ja, ich war nur mal verwirrt. Jemand hat mir angeladen oder sowas. Ich bin schade, wenn ich bei Streamern mitspiele. Ich krieg nie Anfragen, wenn ich im Stream mitspiele. Nie krieg ich Anfragen. Ich bekomme auch nicht immer Anfragen. Ein Monat noch, dann habe ich es. 22.000 Freunde. Ich habe nur 900. Mhm. Ein Monat noch, dann habe ich es. Ja, gut, ich habe auf mehreren Plattformen. Dann ist ja gut. Sombra. Ja. Was ist mein Epic? Ich habe nur bei Epic Paar, bei Plastischen Zerdes irgendwie nicht. Dann sieht man die weniger. Wie viele hast du denn? Keine Ahnung. Ehrlich nicht, brauche ich keine Freunde. Ich habe 900. Über 900, glaube ich. Spaß, Spaß. Er hat ein Viech, ich will das Streicher. Bleib bestimmt, du hässlicher. Ja, hallo. Nein, ich will ein... Oh. Wollte... Wollte ein Viech da streichern. Yay. Jetzt gehen wir nach Blockchain. Lass mir da ins Lachen. Nein. Da hatten wir richtig Glück. Ah ne, wir sind... Wo sind wir denn nochmal gelandet? Doch, Sleepy sind wir. Ja, wir schlafen alle. Warum schlafen wir? Bei Sleepy, ne? Ja. Da gehen wir jetzt hin und schlafen alle. Alle zusammen. Alle zusammen. Ups. Der ist rausgerutscht. Sorry. Ja, dann gehen wir schon. Wir sind im Stream. Sieben! Sieben! Sieben, sieben, Ayoz. Oh, wie süß! Wie Sticker sind! Oh mein Gott! Alles klar noch bei dir? Nö! Das ist einfach mega süß! So ein Feini! So ein Feini! Ja, da sagen die Leute, wenn sie sich freuen, wenn der Hund etwas gut macht. So ein Feini! So ein Feini! So ein Feini! Ja, du bist so süß! Ich hab Fein gemacht! Fein! So ein Zieser! Und der Hund? Nein, stopp! Ich hab Hunde. Ich hab Hunde und eine Mutter. Ich hab Getränke. Ich bringe... Ich bringe Getränke. Und... Ähm... Irgendwie was. Deswegen. Ich hab vier Hunde und das passt. Ich weiß alles, wie das sich alles anhört. Also, jetzt. Ja, aber ich hab fünf Hunde. Das ist das Problem. Ich hatte mal acht! Was ist los, Diggi? Lass mich! Ist das in der Hundeszucht oder was ist da? Nee, die haben einfach nur Kinder bekommen. Ach man! Oh, ah, Welpen! Warte, ich muss nachladen, Digga! Kleine Welpchen! Warte kurz! Kleine, süße Welpchen! Äh! Ja! How cute! Ja, so ein Feini bist du, ne? Ja, Rogger! So ein Feini bist du! Ähm... Danke für deine Dings, Monster. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Hau ab, du! Ach, Leute, der hat überall geschossen, außer auf mich. Warte, du bist tot fast! Ha, 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 ha! Ich hab grad'n Biggie getroffen und fand jetzt Minis, ey. Willst du mich verarschen? Alter, wo kommt der denn her? Alter, der... Aus'm Ohr. Ach, Miko, dankeschön. Vielleicht sollten die... In drei Monate. Vielleicht sollten die mal fliehen, anstatt da stehen zu bleiben. Trau ich mal noch die Tagesstelle, nö, ne? Okay, lieben Dank. Wo gehst du denn hin? Bin ich froh, dass ich mir mal die Tagesstelle hier brauch. Aber komischerweise kommt der alles nicht. Merkwürdig. Vielleicht ist es wieder... Hängen. Pongan! Ich muss den Stream ausmachen. Ich merke gerade, es fängt richtig an zu längen. Ja. Tut mir sehr, sehr leid. Kein Thema. Aber das ist sehr, sehr schlimm, wie es leckt. Und wenn ihr ne Krone habt, dann wisst ihr, wie ich mich fühle. Da ist angetreten, wenn ihr nicht angegriffen werdet. Antreten! Ach Gott. Was ist mit ihm los verkehrt? Ey! Es wird angetreten! Es wird angetreten! Wow. Röst die Bananen! Hier wieder Bananen! Röst die Bananen! Was ist denn? Ich bin kein Affe, du. Ich brauch keine Bananen. Röst die Bananen! Achso, du bist voll. Ja, guten Tag. Röst die Bananen jetzt! Röst die Bananen! Waffe, Leute. Ich bin kein Affe, du Affe! Was, du Kartoffelpflücker! Jetzt fröst jemand an, dass du voll wirst! Du... Du... Kartoffelpflücker! In einer Gegner. Du Bären- und Baumpflücker! Auf die andere Seite? Oh, leg mich da am Zuckerli, ich bin weg. Weißt du was, du Pferd? Irgendwie auch nicht. Pferd hier ist die Scheiße dann halt. Oh, Sniper. Wenn's dir doch besser geht. Tausend Gold ausgeben! Yay! Yay! Wir sollten weitergehen. Ich hab da einen fucking Hund rausbekommen. Wisst ihr das? Ich hab wieder tausend Gold ausgegeben, ne? Ich hab schon gar keine Lust mehr. Ach, nimm mal das mit. Hat mein neuer Freund noch was in den Chat geschrieben? Nein. Oh. Oh, das Arme hat gerade so eine Laterne in den Kopf gestoßen. Spierkarte Herz. Spierkarte Herz. Spierkarte Herz. Spierkarte Herz. Guck mal hier, was ich habe. Adrian, bleib stehen. Guck mal hier. Dein Freund. Nein. Keine Minis. Ah, Ablenkung. Will ich nicht. Lass den Huhn. Die sind böse Dämonen. So Miku, jetzt kommt ihr alle. Irgendwie zu spät. Scheiße. Du bist gerade nicht nur der Englisch, Bruder. Äh. Maybe. Möchtest du drüber reden? Ja, Spierkarte Herz. Ich bin schon unterwegs. Guck mal hier, ich hab seinen Bruder von Adrian, sein Bruder. Boing. Du Blöde. Was kann man? Echt jetzt, Miku? Hast du das gerade abges... Ich hab das gerade weggesniped, Alter. Ja. Hey, bitte weben. Nö. Ach, halt doch. Du hast nicht mal meine Bananen gegessen. Nein, du hast meine Bananen nicht gegessen. Ich hab mir mal eingeschickt, aber ich hab mir wieder weggelegt. Ja, die waren angeschimmelt. Hühner sind einfach Zicken. Du musst auch nicht zickern schon. Juckarte Herz. Dann nenne ich das Quad hier. So. Komm her, komm in mein Lambo rein, Mensch. Hör. Was machst du denn? Du bist doch auf dich zugefahren. Was macht ihr das? Komm jetzt in mein Lambo rein, Fräulein. Wieso sollte ich das? Ich weiß, ich weiß. Fräulein, vorn und zu. Ich hab mich gerettet, muss man ehrlich sagen. Ja, noch so, so, so. Oh, Mama. Das ist meins. Oh Gott. Und ihr rennt alle vorbei, ihr Schweine. Ich brauch keine Lama, die ist eh langweilig. Langweilig. Hast du gerade langweilig gesagt? Hast du gerade langweilig gesagt? Da kann man mit. Ja, das hat er. Warum rennst du, Missgebote? Äh, du ganz nettes Eisstückchen. Warum rennst du denn jetzt schon weg? Das war knapp. Das war knapp. Ruhe, bei mir ist ein Gegner. Wo ist der andere? Der ist vorne gelaufen. Wo ist der? Ach da. Ich bin wegen euch tot. Warum denn wegen uns? Warum kann ich nicht Feuer anzünden hier? Da ist Gegner übrigens. Ja, bei mir waren Gegner. Das ist mir scheißegal. Jetzt muss ich wieder kommen und euch retten. Na, ihr habt mich umgebracht. Warum denn wir? Wieso? Was facklst du dich denn auch ab? Ja, weil ich bin runtergesprungen. Wegen euch. Wegen Auto. Und dann bin ich gelandet. Aber bin ich tot gewesen. Voll epic. Wo ist der Gegner jetzt? Ich hab dich angeschossen. Ey! Nein, irgendwo ist ein Gegner. Wo ist der? Fette Sau. Wo ist der? Wenn jetzt wir fett. Ja, aber er weegt von uns 42 Kilo. Willst du mich verarschen? Hallo. Ich schwing wirklich 40 Kilo. Wo bist du? Warte, war da ein goldener Vogel? Was ist das? Was springt da? Steiger! Erdgottelvogel! Ja, was ist der Gegner? Hab dich trotzdem! Ja, was? Dann komm! Oho! Ha! Oh, warte ich. Verarschen kannst du das Pony nicht. Ich wollte die Waffe haben, danke. Was für ein Pony? Achso, du kannst eh nicht mehr tschüss. Wollen wir das Haus kaputt machen? Erdgottelwaffen! Spider-Minister. Oh, die will ich! Oh, nee, der ist oben. Hab ihn. Du hässlicher. Also wirklich. Gib deine Spider-Man-Hände hier. Mark Thomas, oder wie heißt du nochmal? Wie heißt der nochmal? Tom Holland. Tom Holland heißt ja noch, wenn Spider-Man kommt. Ich bin weg. Er heißt Noob. Nennen wir ihn einfach Noob. Mich? Nein. Hilfe! Ja, ich bin dabei. Was jetzt, hä? Blöde Sau. Ja, mach ihn fertig jetzt. Nein, du kommst nicht nach oben. Runter mit dir. Ich bin der Schirm. Ich bin komplett runtergefallen. Das ist doch einfach feindlich. Irgendwie schön, oder? Komm, nach oben. Sei du leise. Ruhe. Er geht! Er ist bei mir! Ab ihm! Gibt die Spider-Man-Kack. Da. Ich hier. Ich hab dich lieb. Wie soll ich runterkommen? Wer hat jetzt hier einen Jump-Hit hing? Wer hat jetzt hier einen Jump-Hit gebläst? Wo ist das? Bei mir ist einer. Ich hab mir gar nicht vorsehen zugebaut, weil... Ich bin nicht auf mich. Trämm dich. Da war doch einer in die Zone. Ah nee, das war ein Huhn. Ey, die rennen Hühner hinterher. Was ist das? Wir sind ein Angebiss auf dich, Maxi. Was willst du denn jetzt? Nothing. I have nothing. Jetzt renn. Ja. Rein, Baby. Rein. Ihr seid immer noch in die Zone. Und wenn mich nochmal umbringt... ...dann gibt's Elka mit Feuer. Was willst du denn jetzt? Mit einem komischen Huhn, oder was? Ey, das wird noch ein epischer, so wie's aussieht. Sonst sterben wir schon. Okay. Wir nehmen's jetzt alle mal fest beieinander. Adrian hat heute einen guten Tag, ne? Stream. Ne, Rugga. Adrian hat heute einen fucking guten Tag. Nö. Die Antwort... Bei mir ist ein Gegner. Ich sterbe jetzt. Da, ich seh ihn. Er will mich. Nein, aber... Das sind zwei. Du hast die ersten zwei Runden... Äh, die ersten drei Runden hast du ja so halb mitbekommen. Ja, beide. Irgendwie. Keine Ahnung. Und deswegen siehst du ja, dass er ja schon Glück hat. Sonst bin ich mit ihm off-stream immer so schnell gestorben. Ja, das ist meistens so, weil... Das ist nicht als Streamer-Modus hier. Äh, am Montag, wenn ich streame... Und wochen... Ich hatte euch gebingt. Da ist ein goldener Sniper. Da ist ein goldener Sniper. Ich spiel nicht mit Sniper. Da mag ich... Ich weiß nicht, wie heißt die eigentlich. Nein, nicht auf Baum. Da war was goldenes. Da. Da liegt. Ich kann nicht markieren. Achso, das ist Spinders. Ich nehm Pirze. Ich werde high. Ah ne, die Spidey sind schon weg. Die abgelegt. Warte, ich hau mich noch mit... Oh ja. Go, go. Brothers... Oder Jungs, oder... Keine Ahnung was. Ihr schafft es. Yeah, yeah. Haben wir eine Abstimmung auf ihren epischen Hunde oder nicht? Achso, ich kann eh nicht mitmachen. Egal. Ja, siehst du. Ich habe jetzt so lange für den Namen gesucht. Ja, wird es jetzt schon fünf Minuten her. Ja. Achso, du hast immer noch den Streamer-Namen nicht gefunden. Streamerin. Doch, hab ich. Sag ich dir ja später. Warum hast du mir denn da nicht? Das gebe ich dir dann später. So, wo gehen wir? Was machen wir? Tanzen. Im Viereck. Wir tanzen im Viereck. Oh ja. Wir tanzen im Viereck. Jo. Du hast ja schon was gebaut. Und Maxi baut die Gaff. Hey, wer baut mich denn jetzt runter? Ich nicht. Du blödes Stau. Schießt ihr? Mein Humor. Mein Humor. Habt ihr was heute gegessen? Tschüss. Was meinst du gegessen? Also, redest du... Etwas falsch ist da, Gegner. Ja, er muss alles wieder anschießen. Was haben wir geschnuppert, Kappa? Er muss alles wieder an... Er muss alles wieder anschießen. Egal, was da ist. Er muss anschießen. Ja. Immer. Abm ist der. Wer hat mir abgebaut? Maxi, der ist Gegner. Der ist nicht witzig. Der ist ernst. Das ist nicht witzig. Alter, hör auf mich zuzubauen. Wer mich kein einziges Mal trifft. Sehst du? Das muss ich nicht. Ich bleibe hier oben, Leute. Es lagts. Nicht am Lecken sein. Hilfe, Hilfe. Ich bin nicht am Lecken. Sagst du das so in der Öffentlichkeit. Die sind alle unten. Nee, es liegt aber gerade wirklich alles. Was willst du für los? Einen hab ich. Nein. Ich hab ihn noch. Nicht einen, eins jetzt. Er ist tot. Er ist tot. Darf ich runter? Ich hab ihn noch geholt. Ja, hol mich. Gut, ich komme. Ich hab ihn noch geholt gehabt. Komm runter. Komm du doch hoch. Ich komm nicht runter. Es ist egal. Was machst du denn? Tipp. Oh, ich hasse das. Jemand kommt. Wir sind nicht da. Heil mich schnell. Heil mich schnell. Ja. Mach ich, mach ich, mach ich. Einmal, Pinky. Geh vorbei zum Frühstück. Ich hab Monaterping, ne? Es stört mich halt for real so. Immer wenn ein Gegner kommt, hab ich sofort einen Monaterping. Ja, gell? Die haben einfach schlecht ein Internet. Ja. Die stecken uns an mit schlechtes Internet. Warum kann ich das nicht... Mein bisschen hat schon Schluck auf. Nimm eine Karte, nimm alles, was da liegt und geh. Er kommt. Wo bist du? Du bist oben? Runter, oben. Da geht's. Da. Hab ihn. Okay, tüte ihn. Er fährt, wo wir sind. Ein Fährräter ist es. Ach, du nervst mich. Das sind zwei. Einen hab ich. Ich muss mich erstmal heilen. Mach das. Nicht sterben. Ja, nicht. Ich warne dich, mein Freund. Ja, ich versuche. Ich warne dich. Zone, 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 zone. Da. Ich bekomme einen leichten Kopfschmerzen, wenn ich Rotscha zuhöre. Warum? Was? Guck mal, wie low ich schon wieder bin, ne? Warte. Was willst du, Sombra? Alter. Fände ich frech hier. Kann man ihm noch holen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist noch ein Trio. Da hinten. Sech, sech. Die hat auch mit der Wände. Dann fragt Chica. Die hat mit Sicherheit einer. Ja, 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 ja. Entspannt euch. Einer ist tot, einer ist tot, einer ist tot. Pushen, 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 pushen. Oh, die möchten mich noch verbrennen, hier. Nice. Zweite hippische hintereinander. Nice, nice, nice. Ich führe eine Pizza. Hm, ich möchte auch eine Pizza haben. 84 Kronen Siege. Oh, da ist ein Kiosk. Nice. Ja, voll die guten Runden. Wir haben voll die Bot-Lobbys. Keine Ahnung warum. Also natürlich, die einen Gegner, die waren jetzt gut. Ja. Das sind voll schlecht. Das ist wie Bot-Lobby. Ich glaube, du bleibst mal Gruppenanführer, würde ich sagen. Ja, siehst du. Magst du, gib mir Pizza. Wo ist meine Pizza? Schon wieder bist du im Lobby. Wenn man Dinge zu weit durchnimmt. Ach so, ja, ich gehe immer Lobby. Es tut mir leid. Ich muss mich wieder angehören, da ich nicht in den Lobby gehe. Wie viel Uhr haben wir denn? Eine Runde schaffe ich noch. Eine Runde schaffe ich noch. 1940, hallo Vanessa. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Hört man mich? Ach ja, man. Leider ja. Oh, leider. Mich auch. Ah, du bist es wieder. Ich bin immer die einzige Frau und natürlich muss sie darunter dann leiden. Nein, du doch nicht. Wo bist du? Ach, warte, ich werde Team... Das ist Fortnite. Ist doch gepackt. Ja, ja, jetzt Blaster. Jetzt habe ich mehrere Kronen. Zeig mal. Ich hatte 19. Sollte ich 20 haben. Ja. Okay, das funktioniert noch. Ich habe jetzt 84. Ja, auf der Nintendo Switch ist es leichter. Hm, hm. Ich sage es mal kurz. Also, meine Lobbys sind besser als deine, muss ich ehrlich sagen. Sorry, aber es ist so. Wie? Dass meine Lobbys schwerer als deine sind. Echt? Das kommt mich auch ein bisschen auf dem Konto hin zu sagen. Hm. Ich meine, es ist aber, wenn du aufsitzt, musst du... Aufsitzen machen. Gut. Sehr gut. Dann warte ich nicht dem. Ich bin gerade dabei, ein Essen warm zu machen. Aha. Ja, weil ich dachte, es gibt etwas Leckeres. Ach so. Ich habe jetzt nur auf Ende geschaut. Es ist Werbung. Ich lese nicht. Ich will mal einmal in einen fucking Stream gehen. Werbung. Ja, es immer. Recht zum Katzen. Ich gebe euch auch 84, ja. Ich habe 84, wenn sie... Ist ja schön. 20 und ich bin froh, wenn ich 3 habe. 3 ist doch auch gut. 20 und ich bin froh, wenn wir... Wenn ich 3 habe. Warum? Ja, weil er nur 3 Siege hat und... Weil er stolz auf seine 3 Siege sozusagen, glaube ich. Ach so. Ich glaube, wer meint das jetzt so? Ich dachte auf Uhr, weil es 20 Uhr fast. Nee, ich glaube doch, dass du es so meint. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Baby, du rockst. Mhm, mhm. Hier bist du. Glaubst du? Ha! Nicht geschafft. Schade. So, jetzt schön... Äh, schön. Äh, sag mal schön einen Ort. Wow. Müssen wir jetzt rausgehen, ne? Okay. Hä? Ins Wasser? Hahaha. Wie spät du's gemeldet? Billy. Sing was? Fisch? Äh, Schiff? Ja. Hier sollte es schief sein. Rocky! Nein, Rocky! Rocky! Ja, Rocky! Rocky! Bin dabei, Rocky ist nice. Wollen wir uns jetzt mal entscheiden hier? Ja, 20 Siege ist nicht viel. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ja, 20 Siege sind auch viel. Aber 3 ist ja auch noch okay. 3 hat auch. Ich sage, äh, Pleasure Park. Ich sag's heute. Was denn? Lieblingsort von Chapter 2? Ja, Pleasure Park. Immer noch. Redet ihr von Lieblingsort in Chapter 2? Alle. Achso, ich bin für, ähm, Dings. Wie heißt sie nochmal? Ich weiß nicht mehr. Fuck. Ich verbrenne euch hier und ich gehe. Und mich auch. Soll ich dir mal was sagen? Da war ein Gegner. Ja, bei mir auch. Nein, ich brenne schnell raus. Wow. Du bist so. Du beobachtest mich. Wie toll. Oh nein, du bist hier. Verpiss dich. Oh, tot. Okay. Das hat gut funktioniert. Oh, dein Zert nehme ich mit. Dankeschön. Ich heil mich kurz. Ne, überhaupt nicht. Doch. Ist leicht vorkommen. Ey, ist egal wie viel man siegt hat. Oder Krone oder was weiß ich. Ja, bei mir geht's halt um, ähm, 100 Euro. Aber die krieg ich eh nicht mehr. Mir geht's um Spaß. Das ist zu wenig Zeit. 19 Tagen, ähm, 20, äh, fast 25. 20 Siege machen. Das ist sehr viel. Dann musst du dich anstrengen. Ja, es ist halt so gut wie unmöglich für mich. Weil ich krieg so starke Lobbys in letzter Zeit. Ich weiß nicht mehr, was los ist. Ja, der ist wegen deinem Konto. Bis hier, als ob ich Arena spielen würde. Er biert mich. Kann man einfach mal, ähm, Crossplay ausmachen? Mega. Doch, kann man. Echt? Du fährst mit Auto, du hässlicher. Komm zurück. Ach, du kannst mich mal wirklich. Kannst du schnell seine Karte holen? Ich hol mir den. Ja. Hab ich einen Jumphead? Fuck. Ich hab einen. Und jemand schießt noch auf mich. Mit Granaten. Was geht bei denen? Ich krieg dich, du Honk. Ich weiß ganz genau, wo du hingehst. Ich hab noch Bister. Oh nein, da kommen zwei. Wow. Oh, jetzt bist du auch tot. Ja. Irgendwie schon. Du gehst doch nicht nach draußen. Egal, ich versuch dich zu holen. Alles gut. Ich geb mein Bestes. Mach das. Da kam der einfach plötzlich. So, wie schick ich dir das auf TikTok? Für Nutzer. Mach mal das. Ach, da. Hab ich. Da. Was, Maxi? Du bist abgehakt. Mein Discord hat sich gerade... Äh, mein Discord. Mein Fortnite hat sich gerade in eine Ecke verschoben. Jetzt ist es ultra klein. Wow. Mach ihn fertig jetzt. Nice. Klingst. Ein Spiderman kommt von rechts. Von hinten. Ja. Mindestens hab ich das gehört. Und er macht Feuer. Irgendwie was. Oder? War das nicht Feuer jetzt? Ja, das war Feuer. Feuer. Ach, Sombra. Warum bist du frustriert? Ach, da ist der. Du Knecht, Digga. Komm, er ist gar nicht zu mir. Ja, jetzt ist halt die Krone weg, ne? Sorry. Braucht man nicht. Nimm das als Spaß, Sombra. Nicht so eins nehmen. Das frustriert jeden. Es ist so ein Knecht, ne? Jetzt kommt er wieder. Ja. Er fliegt damit meine Piste jetzt. Dann bin ich wieder tot. Mit Waffen. Warte mal ab. Jetzt. Ist auf ihm und ich komme mit Piste. Wo ist der? Der ist schon tot. Ah, ja. Sehe ich, sehe ich. Pissar, Digga. Pissar. Knecht, Junge. Knecht. Ach, der ist schon tot. Ist geliebt. Ja, Junge. Hä? Hat der Mann irgendwie geschmeckt? Bastard, Digga. Da merkst du, wo bist du? So, aber bei so einer Scheiße werde ich einfach toxic. In ihr Ohrbein. Ja, aber warum? Hat noch jemand die Krone bekommen? Nö. Ich tanze hier lieber. So machen wir das, okay? Einverstanden? So machen wir das. Einfach tanzen? Ja, mit tanzen gewinnen wir. Sofort. Was los ist? Was soll ich sonst nehmen? Nehme ich das jetzt? Egal. Was hat jemand geschossen? Bestimmt, Maxi. Ja. Nein, das war ich nicht. Mhm. Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, das war da. Ja, das war es, du. Das wissen wir alle. Nein. Was denn dann? Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Ja, das kann ja nur du gewesen sein, Mensch. Ja, ja, schiefst immer aufs Pony. Weißt du? Pony. Nicht auf Pony. Warum Pony und nicht Pony? Ne, willst du mich verarschen? Du hast gerade Pony gesagt. Echt? Nein, habe ich nicht gesagt. Du hast mich jetzt erfunden. Das hat sich perfekt so angehört. Ich schwöre es dir. Das hat sich perfekt so angehört. Das hat sich aber nicht gesagt. Ne. Habe ich auch nicht gehört. Mann, haben die wieder nicht hier gedanken. Der Spruch ist gut. Der Spruch ist gut, Mensch. Dann magst du dir halt dich ein bisschen. Okay, gib Essen bei uns. Ich bin da erstmal raus. Gibst Essen? Machst du jetzt aus? Aus der Runde zumindest. Ja. Machst du jetzt die Runde? Während der Runde aus? Dein Ernst? Ja, I'm sorry. Beschaff mal schon, Elias. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ja, bis gleich. Wir hören uns dann wahrscheinlich nicht mehr. Maybe. Jo, bloß kein Faschenswort über Ponys. Sonst kennen wir ganz dünnes Eis. Jetzt bloß kein Wort. Ich dachte kein Wort über Bruno. Bruno, mein netter Freund. Bruno. Ich mag Ponys nicht. Warum? Jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich find's nicht schön. Geh weiter. Einhörner sind viel besser. Einhörner. Einhörner sind besser. Einhörner sind besser. Was ist das gleiche? Wenn ich ein Einhorn bekomme, soll das Flower Power heißen. Flower Power. Warum das? Flower Power. Weil's Flower Power ist. Was ist denn los? Komm ich so rund? Vielleicht. Gehst du nach da hinten? So, komm. Wo ist mein dünnes Eis? Ich will Eislats haben. Ah, warte. Ich hab doch Spider-Man-Dinger da. Warum kann ich nichts? Hallo? Warum zeigt mir das jetzt nichts? Ist es behindert? Hä? Ach so. Okay. Ich kann... Zeig mir gar nichts jetzt. Verstehe. Ach so. Hier ist ja noch irgendwas anderes drin. Es stimmt hier. Da war ja was. Magst du Einhörner? Wie heißt sie eigentlich nochmal, die Nässe? Ja, Vanessa. Nässe oder sowas, ne? Ah, okay. Vanessa. Ja. Magst du Einhörner? Ja, klar. Einhörner ist ja flauschig. Würdest du deinen Einhorn auch Flower Power nennen? Hm? Würdest du deinen Einhorn auch Flower Power nennen? Nee. Hallo Flo. Was? Was habt ihr denn alle mit... Ist Flower Power mit dem Namen? Ich hab gesagt nein. Hast du gerade... Was hast du gesagt? Ich hab... Ich hab... Ich so nee. Ja, also was habt ihr denn alle mit dem Namen? Weißt du nicht. Ist ja auch... Ist ja auch... Slashy oder so. Flower Power. Ich hab übrigens eine Schatzkarte, also. Ja, schön. So würde ich es eine Kraft nennen. Bring den Gegner um. Alle. Macht die alle fertig. Hab keinen Sniper. Immer noch nicht. Wie heißen jetzt eigentlich Corpus, ähm, richtig? Weil das schlägt mich die ganze Zeit in den Namen, sozusagen. Sombra einfach. Komm, jetzt spritz auf den Baum. Wie? Sombra? Sombra. Ach, Sombra. Ah, Sombra. Okay. Neun Sombra. Ja, Bot. Lass mich am lieben. Danke. Ach, Leute. Soll ich dir ein paar Kronensiege farmen? So kann ich meine Kronensiege auch farmen. Zeig mir das gar nichts jetzt, Mensch. Warte. Da liegt übrigens der Schatz. Vor dir wird ein Baum gefällt. Ja, die Spider-Man-Hände. Und da ist ein Gegner vor dir. Nein, ich hab gefällt. Ich bin hier am fahren. Äh, möchten wir das? Ne. Neun Kinders. Dinger. Neun Kinders zurück, sag ich mal. Wie witzig. Oh, ich hab richtig Bock jetzt hier alles abzufackeln. Mach das. Mach ich auch immer. Richtig. Oh, es brennt alles. Ich bin mal am überlegen, ob ich auch mal live aufs Switch gehen soll. Aber ich weiß nicht, ob man das mit der Switch verbinden kann. Weißt du nicht. Einen hab ich noch. Ist da noch einer? Er war Warnshot. Okay, einer muss da noch sein. Mach ihn fertig. Ey, Schiedsrichter. Was mit dem? Was mit dem? Du Knecht. Alle umbringen hier. Ja. Ah, du Fisch, Junge. Was machst du da? Äh, irgend so ein Hohn hat mich angegriffen. Na sowas. Er hat angefangen. Die arme Hühner. Er hat angefangen. Klar hab ich dir nicht. Ah. Was ist denn mit dir, du Missgebot? Mach das fertig. Jemand schieß auf uns. Er hat 90. Und tot. Was ist denn mit dem Hohnlob? Er will deine Seele haben. Ich esse gleich sein Gehirn. Sei nicht dran, das Gehirn esse ich gleich. Mach das. Läuflige zu Zone. Jemand schießt noch. Ach, da bist du. Sag mal, wo bist du? Ach, was tust du? Baby. Und tschüss. Hat mich gefreut. Ich kenn's nur kennenzulernen. War sehr nett. Hast du wieder neue Freunde gesucht. Ja, da hast du lieber ne Ranger. Gold, Gold. Brauch ich nicht, bin voll. Ich hab aber diese Runde irgendwie keinen Spider-Man. Find ich ein bisschen komisch. Das wird schon wieder ein epischer, ey. Ich raste bald aus. Geht nicht. Ich verspricht das nicht. Wortsinn. Da, okay. Warte, die Map ein bisschen grösser machen. Uh, 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 uh. Aber bei... Wann greifst du mein Clomby? Jetzt noch. Clomby? Der wird jetzt eh auf dich gehen. Nein, Clomby, töte ihn. Der geht jetzt auf dich? Nein. Er geht doch auf mich. Ja, klar. Alter, so an der Missgeburt, ne? Nein, du. Du hast den Süßen hier angegriffen. Ich schau mir das an. Und du hast noch Bots. Clomby, geh jetzt los. Ja. Los, töte ihn. Pass, pass. Lass dir... Ey, mach dich mal zu beruhigen. Bitte. Ach so, mini... Ah, er ist schon ruhig. Ich hatte schon fast schon Gedanken, um ihn irgendwie beruhigen. Das ist beruhigt bei mir. Clomby, geh auf den Schwanz. Ja, das hat sich ja auch blöd angehört, aber Spidey kommt. Das hat sich sehr blöd angehört. Er ist bei dir. Bei dir, Spidey. Was ist denn mit dir los, Digga? Er kommt ohne Blue. Kommt er zu mir. Ist schon tot? Ja. Einer schießt von uns. Oh, da schießt der. Ich bin auf Clomby. Down. Einen hab ich. Nein, Clomby, nicht spritzen. Ach, Mann. So nervig. Oh, direkt ein Gegner, Digga. Hilfe. Er verfolgt mich. Ja, ich komme. Ich töte erst mal. Haben wir. Küst meine Kronensiege. Küst meine Kronensiege. Ich spüre es euch. Küst meine Kronensiege. Ach, ja. Nice. Fuck, 85. Ich glaub's nicht. Bap. Nichts weiß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. boy-